Das ist so eine drückende Hitze, das kannst du dir nicht vorstellen. Oh, ich bin schon wieder nass, Euter. Ich bin nass, Euter. Soundeinstellungen. Ach so. Hier. Hast dir recht, Euter, hast dir recht. Wer braucht schon die Opponenten, ey? Wer braucht die schon? Opponenten, braucht kein Schwein. Und moin, Xenta mal so weit. Schon gesehen. Wer war das zu laut grad hier? Weg mit den Opponenten hier, mit dem Sound. Kann ich meinen wieder hören? Ich dreh mich nicht immer hier, warte mal. Machen sie nochmal. Dass man da nicht einfach eine Zahl eingeben kann, oder so? Oder eine Zahl eingeben, bringt mir auch nichts. Mal schauen. Exit's clear. Verschmutter Können wir gerne zusammen fahren hier, wenn die Opponenten leiser sind. Hier kann ich zum Beispiel Fiesberg auf 90% lassen, aber dann muss ich das total runter regeln. Gleich früher loslassen. So. 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 Das war ein bisschen schnell. Das war 22.3. Das war 21.6. Das war 2.0. 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 ja auch immer das ist ja nicht wer im jahr das gewonnen hat hier alles 92 aber 1 und 2 war auf jeden fall senna hier und gerd berger mit dem mclan ich weiß es nicht mehr genau ich habe sie gesehen aber keine ahnung ist schon zu lange her und so jung bin ich auch nicht mehr dass mein gedächtnis erreicht bis dahin hat er zufällig einmal in einem spiel eine gute runde gefunden hier weißt du also glück muss der mensch haben wenn man öfters glücker wird hat zum skill aber es bleibt glück ich sehe nämlich echt nach dem nach der zeit wenn diese drückende wärme weg ist könnte man hier entspannt sitzen und ohne schädel dröhnen dass ich dann eh noch vlak ich sag ja Was wäre doch geil, wenn man sich das Delta der anderen anzeigen lassen kann. Also wenn ich mir jetzt das Delta von Xenta anzeige, dann sehe ich ja genau, an welcher Kurve ich am meisten verliere, im Vergleich zu ihm jetzt. Meine Delta bringt mir ja dann schon noch, um mich zu verbessern, aber es ist glaube ich aussagekräftiger, wenn man sich die Delta der anderen anzeigen lässt. Also bin ich jetzt mal der Meinung. Versus all time best lab, click to toggle. Versus all time best sector, versus optimal, versus lab, versus session best lab, ja. Das, das, das muss doch sein. Einer ist ja geklickt hier, schon geht's. Achso, das Teil ist hier oben. Guten Tag, Max, was geht? Das freut mich. Bei mir auch soweit, aber heiß ist mir. Das ist die Frage, wie es mir geht. Die kann ich dir beantworten. Habe ich ja schon. Passt soweit, aber ultra heiß. Ganzer Schädel dröhnt. Richtig schwül hier. Ja, das ist vorbei. Also du hast gesagt, eine Frage, morgen wieder, okay? Jetzt ist das vorbei. Also du hast dich angekündigt mit einer Frage. Angekündigt, dass du da warst. Tja. Also ich meine, jetzt zu überlegen müssen, bevor du was sagst. Naja, das geht ja nicht. Tja. Ich sag's dir. So, ich habe hier zu der besten Zeit. 0,3 Sekunden Vorsprung. Okay, hier verliere ich viel. Oha. Also schieß los. Ich frage. Nicht, dass du noch explodierst, weil du nicht loswerden kannst. Und ich bin schuld. Die anderen battlen sich da. ich bin schuld. Ich bin schuld. was hast du denn für ein lenkrad ich habe einige getestet müssen da nicht alle gehen funktioniert das denn in windows wenn du schaust bei controller joysticks je nach lenkertest du brauchst du halt die richtigen treiber auch für windows nur dann geht's ja das geht es geht natürlich senk hat es ist nicht auch mit drin klar geht das lenker hast du denn geladen die logitech komischen treiber geht das und für windows alles du versuchst es durchaus wieder kursen dreck anzustellen gern ich konnte man schon sowas wenn du die 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 sachen zu weisen sowas otzer 45 ok da müsste es ja gehen reden wir über computer oder reden wir über was reden wir am pc ok ok ja am pc geht safe ich habe letztens erstens mit dem g27 gespielt ganz sicher also wenn du die richtige software hat müsste ja sogar die neue lg habt sein oder jedes jahr ich weiß es nicht genau wenn du sagst es geht halt gar nicht mache ich keine ahnung ich stelle es nicht durch dass wir der kurs selbst an ich habe den content manager da stelle ich es ein da habe ich meine pre settings habe ich dann verändert und fertig wenn du wenn du einfach ein benutzerdefiniertes lenker auswählst oder irgendein logitech lenker und dann ist anpasst an dich yo keine ahnung ich weiß nicht was ich dir sagen soll da ich habe hier den content manager und da stelle ich halt alles ein und hier das ist doch kursa controls und dann habe ich halt hier alles ich mache das halt nicht über das spiel das spiel ist als katastrophe mit dem menü hier kann ich die lenkung einstellen gasbremse hier also hoch runterschalten dann musst du die du musst die zuordnen die die dinge wenn es das erkennt dann musst du zuordnen musste ich halt auch meins erkennt es auch aber ich muss es zuordnen sprich ich gehst du auf buttons und konfigurierst die also gibt es im spiel bestimmt auch irgendwie so button zuweisen knöpfe zuweisen und dann drückst du den knopf ohne das geht es halt nicht also du kannst auf keinen fall das ding einfach nur klicken und fahren das geht nicht du musst die buttons immer zuweisen ja siehste kein problem haben wir haben wir doch eine gute tat getan heute können wir offline gehen freut mich freut mich hast du es ja gefunden sehr geil sehr geil siehst du manchmal reicht doch nur so eine kleine anregung oder so selbst wenn man dann sucht wie so ein verrückter ewig sucht findet man das nicht aber eine kleine anregung von außen hilft immens einfach mal durchspielen das spiel jetzt super ultra geiles spiel ich wünsche dir viel spaß auf jeden fall hast du auch die ultimative version ja danke max so was ist denn das hier mit dem ding ja geil und das ist ja noch nicht alles es gibt hier noch milliarden mods da kannst du noch ich dachte ich den content vor hundertfach ich sag's dir ein bisschen leiser machen die engine mir doch egal der ist das connected ich will das hier mit der mit der bestzeit von der session haben versus session best lab genau aber nicht von mir sondern von der versus session best lab versus session best sectors versus session best sectors versus optimal lab versus all time best lab ich habe mir hier gerade max ding runtergeladen hier also 1991 autos sagte das ist wild hier das ist wild ich würde aber generell den content manager empfehlen für das spiel sieht am anfang ein bisschen heftig aus und viel zum einstellen vielleicht was es aber nicht wirklich ist du kannst ja dann direkt das spiel durch den content manager easy starten und auch alles bestimmt mit dem content manager anstatt dich durch dieses sag ich mal beschissene menü zu klicken aber ich probiere erstmal so rum bis ich dich da durcheinander bringen erstmal bist du ja bestimmt froh dass das lenkleid geht ach so im endeffekt ist es ja das spiel selbst du tust es nur du kennst doch das spiel du tust es einmal starten im menü und dann startest du das rennen und dann geht es dann geht halt was komplett neues auf und im endeffekt überspringst du das menü im spiel und hast du außerhalb menü aber wäre es mal so vielleicht ja nicht durcheinander bringen ach so das ist ja gar keine mod ja ja gut das mit der mod ja klar auf jeden fall erstmal so probieren das ist auf jeden fall eine gute idee erstmal so zu probieren auf alles bei biebingen so ist das so nö bis jetzt ist dann nix passiert musst du schauen wo du lädst meistens lädt man eh bei der race department oder bei den moddern wo auch manche mods sogar was kosten aber auch teile frei sind hab da bis jetzt noch kein problem gehabt ist das echt so beim beam so oder was ja wenn jemand geld dafür verlangt dann würde er kein virus geben ich habe nur ein zwei sachen über patten geholt ich habe die meisten sachen for free erstmal geholt um das zu testen und erst wenn es mir dann gefallen hat die erweiterte version dann halt für geld ich hätte mir formel 1 bis 4 geholt für paar pfund und dieses ähm dieses dieses diese drehung jetzt also das formel 91 pack ist auch von offensiv offiziellen modder und da ist alles okay zum beispiel jetzt gibt auch gd3 packs und sowas oder gd3 einzeln bis jetzt ist mir zum glück was die situation ist weiß ich nicht und ich hoffe dass ich will das dann meldet und viele sachen sind halt schon im internet wie gescannt weißt du wenn man was runter lädt sagt er ja hey das ist schon gescannt oder nicht ok da muss ich mir merken dass es für beamen wo lädt man denn bei beamen die mods runter ist das offiziell oder was weil du sagst das ist schlimm da ok 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was für Rennklassen? Bist du denn Fan hier? Was hast du denn so generell Bock? Tag Zero Hunter, was geht? Ich meine Max Wow, fuck Ja, ist genial, die Delta-Anzeige Ich finde die toll Ich hab doch noch die alte, aber Ich bin die entspannter oben, über dem Spiegel Ja gut, wir fahren ja eigentlich auch nur echte Autos So auf der Straße, so ganz normalen Opel Corsa Vom Nachbarn Und dann VW Polo von der Nachbarin Also doch so ein bisschen GT3-Style Ich kann's ja gleich sagen hier Ich geh gleich raus und schau nach, wie sie heißt Kann ich da gleich sagen, wie sie heißt Muss ich nochmal kurz, sie ist fertig, klinge die Runde Draußen ist es einfacher zu sehen, als drin Nordschleife und Touristenfahrten Okay, das ist wahnsinnig Also das ist wild Nordschleife ist noch, hab ich noch nicht gespielt Das irgendwann, ich hab jetzt wieder frisch angefangen Und ich seh mich noch nicht so weit Das ist halt, werd ich vielleicht testen Nachdem ich alle anders strecken kann Ich möchte eigentlich jetzt alle offiziellen Hauptstrecken so kennen Erstmal aus allen möglichen Spielen und Rennserien Und wenn ich die alle irgendwie einigermaßen verstehe Dann als Endgegner, so als finaler Boss am letzten Tag Nachdem ich das Spiel quitte, Nordschleife Was meint er? Ist doch toll, oder? Schauen wir uns erstmal alle Wie gesagt, alle so ungefähr 50 bis 100 Strecken an Von der ganzen Welt Aus dem Rennkalender von der Formel 1 Von AC, von ACC Von mir aus auch die Strecken von Gran Turismo oder so Warte Ja kurz raus Settings, Apps Hier steht jetzt einfach nur Delta Bar Das wird sie wohl sein, oder? Ja, hier steht die Guck mal Ich kann ja mal schauen, wie die Fals heißen Ja gut, dass sie Delta Bar heißt, glaube ich Ist ja eigentlich jetzt nicht so verwunderlich Hast du sie schon? Ja da schau her, Schlawiner Ja geil, da siehst du Genau, dafür habt ihr auch von Und Raze Department Okay, dann wirst du eine Menge Spaß haben Hier, Max, mit Acciato Corsa Das sind ja genau die Sachen, die du eigentlich hier auch fahren kannst Okay, dann wollte ich gerne mal schauen Ja, super Super, gönn dir Finde ich geil Über den Spiegel schön entspannt Lenk doch manchmal ab Weil ich da zu oft drauf schaue Und dann irgendwie crashe Aber ja, trotzdem ist sie ganz cool Kann man machen Ich lade auch immer Raze Department So Okay Unter den Spiegel sogar Das ist ja Du traust dir aber was Also, das ist ja wild Das ist ja fast so ein YOLO-Prinzip Jetzt bei dir Und ich möchte Ich habe es heute gesehen Habe ich nie gespielt Keine Ahnung Ich bin noch nicht so Ich bin noch nicht so weit Ich hatte erst angefangen mit Mit Automobilista 2 Dann bin ich ein bisschen in iRacing rein Weil ich da einen Monat geschenkt bekommen habe Aber ich habe da halt kein Content Weil der Content Vor elf Jahren, wo ich gekauft habe Ist halt nichts mehr so wert Bisschen Formel 4 da gefahren Und meinen alten Frank Williams Und Dann Formel 1, 22 Jetzt das wird der Corsa Und irgendwann Kompetitione Und auch Race Room Das steht noch an irgendwann Mal gucken Von einem zum anderen progressen Macht das viel Spaß Genau, genau Also ich kenne ja das Ich kenne ja so ein bisschen Vom Schauen Oder vom Hören Vom Erzählen Das LFM-Rank-System Bei ACC Also ich kenne es nicht Ich weiß halt nur Dass es es gibt Und was es da genau ist Aber das wird wie Wird wie du schon sagst Wie bei iRacing sein Da bin ich jetzt auch nicht so drin Aber ich Weiß so Da kriegt man Punkte Oder verliert Punkte pro Rennen Je nachdem was man macht Und da wird man mit den Fahrern Das gleiche Skill zusammengeworfen Fertig Irgendwie so Aber da ich kein Skill habe Weiß ich nicht Was man zusammenwerfen soll Bei mir Ja Diese Kurve ist Katastrophe Ja, da gibt es extreme Experten Und da machen mich mir halt noch umso mehr Sorgen Ist der Einstieg ja noch schwerer Ist das schon schlimm, wenn ich hier Sachen am Setup verändern muss Weil ich das keine Ahnung habe Das hat so ultra komplexes Ganze teilweise auch nicht Je nachdem, was man verändert Aber wenn man da tiefer reingeht, habe ich da Angst Weil ich eigentlich fahren will und kein Mechaniker bin Oder Mechaniker Je mehr Experten es da gibt, umso schlimmer ist es ja für einen Weil man da halt dann noch schwerer reinkommt Finde ich zumindest Wenn einem die Experten helfen, dann ist ja was anderes Aber Du kannst es auch nicht erwarten Dass einfach jemand spawnt und sich um dich kümmert Hat ja bestimmt Besseres zu tun Du kannst es auch nicht auf den Weg Du kannst es auch nicht auf den Weg Du kannst es auf den Weg Du kannst du dich Das ist gut, wenn man so eine Art Berater hat oder Sensate Instruktoren, wie auch immer. Drill Instructor, tell me what to do. Das ist schon geil. Wenn man sich ein paar auskennen und dann können sie dir so ein bisschen helfen oder die paar Sachen umstellen. Mit was für einem Lenkrad fährst du denn? Max war eben im G29 unterwegs, hat sich frisch das Spiel geholt. Mit welchem Lenkrad du unterwegs bist, meint ich? Das interessiert mich immer sehr. In letzter Zeit habe ich viel mit Lenkradern da zu tun gehabt. Ich habe meine ganzen alten Kamellen verkauft. Ich habe alles verkauft, was ich 20 Jahre lang gesammelt hatte. Scheiße, Mann. Ich hatte G27 verkauft. Das TX-Modell von Trustmasters, das T300-Modell. Das alte Fanatic ist Driving Force GT von Logitech noch. Und das hier zu holen quasi getauscht. Achso, das habe ich ja auch. Ich habe nur das DD Pro. Oh, nee, jetzt scheiße. Kurz nicht aufgepasst. Habe ich ja auch hier. Und ich habe auch den Aufsatz gerade da zum Testen. Habe ich auch da. Und für Formel 1 oder für Formel finde ich das hier schon geiler. Schon ein wildes Gefühl. So, ich habe noch die normalen CL-Pedale. Ich hatte die... Ich habe mein altes Fanatic stuff alles verkauft. Da war noch die CSL Elite Version 1 da. Dabei. Die habe ich verkauft. Leider für sehr wenig Geld. Aber die CL-Pedals passen ins Auto. Das ist auch die normalen. Ich werde jetzt ein Dash weiter... Weiter ein Dash was zu bauen. Und dann ein Lenker bauen. Okay. Ja, genau. Load Cell ist ganz okay. Und was ich ja geil finde, dass keine ganze Pedalerie ist oder so. Pedal links. Man kann die weiter auseinander tun. Weil Gas und Bremse aus weiter auseinander ist ultra entspannt. Ich habe davor auch immer so gehabt, so Sachen, die halt zusammen sind. Du kommst halt nie Gas und Bremse so weit auseinander tun. Selbst wenn du die äußersten Lochbilder nimmst zum Schrauben. Schaffst du es nie so entspannt wie jetzt, das zu machen. Selbst wenn du eine Load Cell kaufst, tust du die jetzige Brille, äh, Brille, äh, Bremse wecken, tust du sie wieder einfach ersetzen. Brauchst du keine Kupplung. Ich habe hier mehrere Server aufgesetzt und bitte mal so ein bisschen auf dem F1 91 Server, der gestern erst gelauncht ist. Und dann noch moderne Formula Server und noch GT3 Server, also GT Server mit GTE. Könnte ich auch noch testen. Wer erstmal bis Technik da ist, der ist ja nicht so Formel 1 affin, deswegen spiele ich so lange, bis der Kollege da ist, das hier. Was hat wirklich Spaß gemacht, weißt du? Aber es ist wild mit 91 hier. Und es gibt sehr, sehr viele gute Fahrer. Da kommt man sich mal wie ein kleiner Scheißhaufen vor. Was hier für Zeit noch mal fahren. Das ist wild. Ja, ich mache das nicht seit langem, keine Ahnung. So, sage ich mal, vier bis sechs Wochen. Ich habe da ein bisschen Probleme mit den Füßen. Ich kann das nicht alles so handhaben, wie ich möchte. Ich muss halt mit Nervenschäden und so fahren. Nervenschäden und Verletzungen und andere Verletzungen. Die lassen mich halt nicht so das machen, was ich möchte dadurch. Jetzt ist er raus. Scheiße, ich wollte... Seht ihr da noch die Session-Bestzeit? Dieses Programm? Aber ich sage dir, das Schlimmste ist, dass es noch im Endeffekt ist. Immer noch so heiß ist. Die drückende Hitze tödert mich fast. Also, es ist richtig schwül. Noch 30 Grad hier. Auch wenn es draußen ein bisschen abgekühlt hat, sage ich dir, es bringt mir nichts, wenn da gar kein Wind geht und es keine Luft, keine Luft von draußen reinkommt. Ja, ich muss halt jetzt fahren. Ich weiß nicht, wie lange es bei mir noch geht. Ich fahre jetzt, wie lange es geht und dann muss ich halt irgendwann aufhören. Wegen meinem Körper. Ich habe ziemlich starke... ...beschädigten... ...Füße. Es kann sein, dass es heute Morgen halt nicht mehr geht. Ziemlich viele Probleme und Schmerzen, Krämpfe und... ...jeder Krampf kann halt quasi der Letzte sein, dass ich überhaupt noch das machen kann. Aber hey, jetzt. Zwölf Tabletten, die ich nehme aktuell, bringen mich über den Tag. Vielleicht kann ich ab Dienstag nur noch elf nehmen, aber das ist auch schon wild. Aber das ist nicht so wichtig. Gestern musste ich eine Fahrpause einlegen. Ich versuche jetzt, jeden Tag zu üben. Mein Trainingsplan ist ungefähr mindestens acht Stunden. Üben am Tag. Formel 1, LMPs, GT3, GTEs. Was nur geht, alles mitnehmen. Und alle drei Tage die Strecke ändern. Ja, alles gut, alles gut. Was willst du machen? Ich habe auch fünf Jahre Komplettpause gemacht. Aber jetzt habe ich so... Jetzt ist das so stark ausgeartet, dass jederzeit es einfach vorbei sein kann. Deswegen nutze ich es einfach noch aus, auch wenn es jetzt mehr wird, als sonst dadurch. Wenn ich manchmal einfach auch Kamera ausmache und weg... Muten muss, habe ich jetzt stark geklemmt. Da würde ich halt nicht auch immer alles auf Kamera haben. So, aber egal. Ich hätte auch ein bisschen fahren können hier. Ich habe mir da so eine Technik angeeignet, was die Füße angeht. Alle paar Kurven ein bisschen verändern, die Fußtechnik. Also mal mit dem großen Zeh. Also zwei, drei Kurven großen Zehbremsen Gas geben. Dann Ferse. Dann linker Fuß. Dann rechte Hälfte vom Fuß. Manchmal auch die obere Hälfte. Und das muss ich immer rotieren. Also zwei bis drei Kurven muss ich die einzelne Fußhaltung ändern. Und das ist dann nicht immer einfach. Weil ich darf nie einmal mehr auf einem Punkt Druck ausüben. Weil ich kann da doch keine Socken anziehen. Das ist auch schon tödlich. Das macht manchmal das Bremsen und Gas geben schwierig. Aber ja, das geht schon. Ich habe nur kurz schauen wollen, wie du die Kurven alle nimmst. Dann war es das. Dann war es das. Dann war es das. Jo. Das ist weiter als wild, ja. Hm. Hmm? So, wie kriege ich das jetzt hin, dass das hier auf Versus Alltime Best Lab Versus Alltime Best Sectors Optimal Best Lab Versus Best Lab Aber von wem? Best Sectors Optimal Lab Versus Alltime Von mir? Ich würde gerne Die Lab haben von den anderen Wow Yo Das war gerade Freze Oh, One Hour Freeze Was ist denn jetzt? Ei, 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 ei Habe ich irgendwas offen, was noch scannt? Irgendwelche Ordner oder so? Doch, hier Quasair IQ Nerv Was macht denn? Was machen die? Was macht das denn? 14,6% Warum denn das? Was macht denn das? Was ist denn mit IQ? Das ist Katastrophe dieses Programm Das war früher beschissen Jetzt ist es Katastrophe nur noch Das hat sich verbessert Aber Das verbraucht einfach 14% Einfach so Warum? Das macht doch gar nichts Ich weiß ja nicht Muss ich beenden 14,1% Von Prozessor Und beenden Da sind wir noch da Okay, ich habe das beendet Aber das ist Schein ein anderer Prozess gewesen Jo Jetzt passt es wieder Also Da war ein Prozess Der hieß IQ Und der hat 14% Komm mal Muss mein Tablet umkippen Traffic behind, oder? Ich habe vor mir mein Tablet noch Vor meiner Vor meiner Tastatur Zwischen Also zwischen Lenkart Und Sag ich mal Monitor Mit Simhub noch drauf Das muss ich Wenn ich einfach so ein Keyboard mache Immer so umkippen Richtung Base Damit ich Was auf das Tastatur schreiben kann Wenn ich jetzt Ja 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 P-check jetzt einfach gas gegeben weil der turbo war ganz unten also wird auch mal getraut ist er kommt das da sagst du was asset accord halleluja schön dass die sound soviel mal benutzt werden früher war das öfters und die hatten da wirklich so ein display im ding oder was im auto da damals schon das kannst du nicht vorstellen scheiße mann sorry zentral das war keine absicht katastrophe das wurde oft benutzt schul das arsch laut das war 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 ja das sollte genau klar ist alles aus filmen und so kopiert ja Okay, Sektor 1 ist 126, auf der Hex. Scheiße, blockiert die Reifen. Ja, Gino macht das schon, mein Freund. Jetzt bin ich spannend doch mal hier. Gino, das ist doch... Nennen wir nicht der Gino. Briminella. Einfach kriminell, ich sag's euch. Uff, okay. Schönes Ding. Schon was Scooteria in dem Jahr hatte. Scooteria, da, gucken wir mal hier, zack. Oh, das Pult ist noch connected. Brutal, brutal. Das steigt und steigt und steigt, Wahnsinn. Es ist so eine scheiß erdrückende Hitze, mein Schädel tut so richtig weh. Gut, ich hab ja noch diese scheiß ein bisschen Fieberantibiotika noch, aber ich sag's dir, es ist nicht schön. Es ist fucking hot. Es ist zwar nicht so heiß draußen, aber es ist so heftig schwül, dass ich... Ich weiß nicht, das ist einfach so unangenehm. Schau mal, wie wir die... Wie wir den Force-Feedback bei dem Auto... Regeln, da ist gar kein Car-Approaching. Ist das ja blöd? Ich bin allein grad. Ja, stimmt. Ach du Scheiße. Schnell aussteigen hier. Was ist das für eine Anzeige? Loll. Oh. Fünfter hier oder was? Okay, der ist wieder ganz anders. Ich muss hier ein bisschen Force-Feedback noch ändern. Moment, Moment. Gleich, gleich, gleich. Force-Feedback. Das kann ich weg. Ein bisschen anpassen. Man muss ja jedes Mal, wenn ich ein Auto neu starte, Force-Feedback anpassen. Jetzt geht das ja gar nicht hier. Das ist echt Lava-LCD. Das ist Minecraft, oder? Ich spiel mir auf dem L... Auf dem, äh... Auf dem, äh... LCD hier. Und in der Lava-Welt. Oder Unterwelt, keine Ahnung. Das heißt nicht, ich spiel den Scheiß. Nähter, oder? Ach, ist deswegen ist das hier so, es gibt hier sieben Gänge. Loll. Die haben es zugelassen, dass sie unterschiedliche Gänge haben, die Autos. Das ist nicht der dritte hier anders. Oh, jetzt verstehe ich, wie man einen Gang höher fahren sollte. Boah, alter, 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 alter. Alles noch sehr offen, ne? Da gab es nicht diese... Ja, komm, ich fahre noch meine Box. Da gab es nicht diese krasse, strenge Reglementierung wie heutzutage. Wo alles so streng ist und trotzdem gibt es Autos, die sind ultra schwach und welche sind ultra starr. Ich weiß auch gar nicht, wozu so, ob die Regeln gibt, so wirklich. Weil, schau dir Ferrari an. Schau dir S. Martin an. Oder Haas, weißt du? Das sind ja... Das ist ja... Das eine ist in Formel 1, andere Formel 2 Auto. Und das in einer Serie. Hatten dann die nächsten Jahre alle keine Haarschaltung mehr oder wie? War das der Übergang oder was? Ja, das habe ich die erste halbe Stunde herausgefunden. Und Xentra, warum das nichts und das, was ich da machen muss. Ja. Das hat das Problem, hatte ich die erste halbe Stunde auch. Du musst Autoklatsch anmachen. Und Autos, Zwischengas. Und dann geht's. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, hey, man sollte eigentlich... Okay, dritte einfach zu klein hier. Man sollte halt einfach vom Gas gehen. Wir sind echt beim Schalten halt. Aber ich habe Autoklatsch angemacht und Zwischengas, Dings da. Das müsste das Blaue sein da. Beim Content Manager. Ich habe es sogar erlaubt am Server für diese Autos. Sicher, nicht Autos, nicht auch Motorbremse bei dritter Gang. Und dann geht's.